Ja, hi Leute und heute gibt es das Kracher Inferno von Veko Feuerwerk. Habe ich bei Lidl gekauft jedes Jahr für 2,99 Euro. Jetzt gibt es die Mini-Knaller. Knallerbsen Deluxe. Ja, ihr habt es gehört. Knallerbsen Deluxe. Jetzt die China-Knaller. Jetzt gibt es die China-Knaller D. Hallo? Das ist nicht Weko. Das war Veko. Aktuelle Ware, absolut top. Jetzt die Superbowler 2. Die Superbowler 2. Die Superbowler 3. Untertitelung des ZDF für funk, 2017